In einer geschlagenen Armee bleibe ich nicht. Majestät! Und wie sollen wir diesen katastrophalen Rückschlag jetzt im Volk erklären nach all dem, was wir ihm versprochen haben, meine Herren? Frechheit! Weg hier! Los! Abwart! Mensch, Berg! Was für eine grauenvolle Situation mich dieser Ludendorff reingeritten hat. Es ist unmöglich, so was. Wir luten auf dieser Rassadur. Ich kann diese Feldwebelfresse nicht mehr sehen. Verzeihung, Majestät befehlen Abreise nach Potsdam. Nein, nach Kassel zu meiner Frau. Benachrichtigen Sie sie, dass ich morgen früh daten. Nach Kassel!